Hallo und willkommen, das Monty Uncard. Wie kann es anders sein? Wir sind hier in einem Reaction-Stream und als erstes kommt Roman, der Bauer natürlich. Und er hat jetzt zwar diese Woche keinen V-Glock, aber er hat, ich teste zum ersten Mal einen Fertig-PC, wirklich so schlimm. Alienware Aurora R12. Fertig-PCs sind ja immer so eine Sache. Man kann die nicht über einen Kamm schieben, meiner Meinung nach. Sondern man muss immer so ein bisschen gucken, sind das jetzt so wirklich Fertig-PCs, wie sie von einigen angeboten werden. Also wirklich so Spezial-PCs mit speziellen kleinen Mainboards, extra Kühlungen und so weiter. Oder sind es im Prinzip PCs, die aus ganz normalen Komponenten zusammengebaut sind, die man sich zum Beispiel auch im Internet konfigurieren kann. Solche PCs finde ich immer ganz gut, mit einem kleinen Aufpreis fürs Zusammenbauen, fürs Windows und so, ist das vollkommen legitim. Aber viele richtige Fertig-PCs, die es halt so in dieser Konfiguration, mit dieser Hardware, mit diesen Mainboards und so, nur beim OEM gibt, sind immer so eine Sache. Die können gut sein, müssen sie aber nicht. Ja, aber 9mm-Attentäter, erstmal willkommen übrigens, schreibt Mifcom, geht doch. Mifcom ist völlig überteuert. Mifcom ist völlig überteuert. Also da würde ich persönlich zum Beispiel so schnell keinen PC kaufen. Naja, also, die machen gute PCs, ja, aber natürlich Mifcom denkt sich so, wir haben einen gewissen Namen und so weiter am Markt. Und die hauen da natürlich schon immer so ein bisschen was drauf. Ja, aber darum geht es, soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich muss mal eben den Ton noch umstellen. Und jetzt starten wir mit dem Video von Roman. Ich teste zum ersten Mal einen Fertig-PC. Ich bin gespannt. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und auch was, ich glaube, einzigartig... Okay. Acht Sekunden läuft das Video. Der sieht schon stylisch aus, ne? Der sieht schon stylisch aus, muss man mal so sagen. Das ist schon ein ganz, ganz, ganz besonderes Gehäuse, würde ich mal sagen. Nein, unglaublich, was ist denn hier los? Der Vladi verschenkt mal eben fünf Stufe-1-Abos. Vielen, vielen großzügigen Dank. Der Alphacris, den Donnie, Luxe, SNK-Free, GZ, GZ88 und Showdoms-Bier. Die haben auf jeden Fall ein Abo jetzt bekommen. Vielen Dank dafür, sehr großzügig. Jetzt kann ich wieder nicht muten. Warum geht das eigentlich manchmal nicht? Ich kann die Edits nicht muten. Also das Symbol geht kurz an und dann geht es automatisch wieder aus. Es geht nicht. Ich weiß nicht, warum. Also wenn ihr den Stream ärgern wollt oder so, dann müsst ihr jetzt einfach Abos verschenken ohne Ende. Und hier, ach ich seh's schon, der René haut zuvor noch ein paar hinterher. René, fünf Stufe-1-Abos auch nochmal. Von Coca-Cube, Mr. Wolfman, Su-Suk, 85, Danny Thunder und Sixpack. Vielen, vielen Dank, ihr lobt's auf jeden Fall. René hat auf jeden Fall die Herausforderung direkt angenommen. Aber warum kann ich denn nicht muten? Ist das denn hier kaputt? Hä? Kann nicht. Das kippen kann ich aber einfach. Naja, okay, dann hab ich sie jetzt zumindest geskippt. Dann sind die Dinger auch schneller durch. Also ist jetzt nichts, äh, nicht, äh, nicht undankbar oder so. Nur wir sind jetzt mitten in einem Video und, äh, das soll jetzt nicht zu sehr ausatmen. Wenn ich sie muten könnte, dann ging's ja noch. Aber so, ne? Ups, René, du darfst ruhig weiter wegballern, ne? Die lass ich auch erstmal laufen oder so. Aber dann werden sie so ein bisschen geskippt. Die EDK ist ja unter sich gerade. Guten Abend, die Dame. So, jetzt aber weiter hier. Hier auf dem Kanal bisher, also zumindest für den Kanal einzigartig. Denn, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns einen Fertig-PC auf dem Kanal anschauen. Wir haben hier Alienware Aurora R12. Alienware kenne ich noch aus meiner Vergangenheit, Jugend, wie auch immer. Und damals war es so, da kannte man Alienware und es war so ein Brand, die irgendwie krass designte Gehäuse hatten, die sonst keiner hatte. Und es waren vor allem auch PCs, die sich keiner leisten konnte. Und die Duschkabine lässt auch uns ab da, vielen Dank. So ein Thema, ich meine, dieses Teil, so wie es hier konfiguriert ist, kostet ziemlich genau 4.000 Euro. Aua. Das ist eine sehr, sehr große Stange Geld. Letztendlich 4.000 Euro, das ist wirklich eine Menge Geld. Alienware Aurora R12. Gucken wir mal, wa? Alienware Aurora, da steht da schon R12. Okay, gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Wie gesagt, das Gehäuse sieht ganz, ja, also auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Alienware hat keine eigene Seite, gibt es nur direkt bei Dell. Alienware gehört zu Dell, glaube ich. Ja, ich akzeptiere alles, ich akzeptiere einfach alles. Ab 1.648 Euro. Das Gehäuse sieht bei Roman auf jeden Fall deutlich größer aus als hier, muss ich sagen. Interessant, macht so erstmal ganz vernünftigen Eindruck. 5 Optionen anzeigen. Was haben wir denn da? Also hier sieht man es auch übrigens ganz, ganz wunderbar, dass bei den OEMs, also bei PC-Produzenten, dass da Intel einfach immer noch ganz vorne ist. Es gibt hier kein AMD. Hier ist alles mit Intel. Also hier gibt es zumindest eine AMD Radeon 6800 XT. Aber die Preise, ne, sind schon gesalzen, sag ich mal. Aber dafür ist Alienware ja auf jeden Fall auch bekannt. Hier sogar mit der RTX 3090. Ja komm, wir kommen mal weiter, aber ich wollte noch mal eben reingucken. Heutzutage, wenn man aber die Verfügbarkeit von so Karten wie 3090 betrachtet, dann kann ein Fertig-PC manchmal tatsächlich auch schon interessant sein. Wir schauen uns mal ganz kurz die Konfiguration von diesem Teil an. Natürlich kann man das selbst frei konfigurieren. Ich habe dieses Sample hier so bekommen. Ich konnte mir das nicht so im Detail aussuchen, was ich da haben wollte. Aber wir haben jetzt hier in der Konfiguration einen 11700KF drin. Eigentlich nicht mehr CPU, 8 Kana. Für Gaming auf jeden Fall genug Leistung, wisst ihr alle. Wir haben eine 3090 drin. Also das ist quasi, zumindest mal was die Grafik hat, betrifft die höchste Ausbaustufe. 32 GB RAM, 3466 MHz. Also auch da gute Geschwindigkeit zumindest mal, was die Taktrate betrifft. 1 TB NVMe-SSD und 1000 Watt Netzteil und auch ein 1000 Watt Liquid-Cooled-Gehäuse nennen die das Ganze. Also wenn man, je nachdem wie man die Konfiguration anpasst, muss man auch ein passendes Gehäuse wählen mit der passenden Kühlung. Denn da ist eine I.O. drin für die CPU. Wir machen das Ganze gleich auf und schauen uns auch den Aufbau innen drin an. Das würde mich persönlich auf jeden Fall interessieren, wie das aufgebaut ist, wie das gekühlt wird, wie die Temperatur. Also ich bleibe dabei, das Gehäuse ist also optisch geil. Da kann man echt nichts gegen sagen. Das hat auf jeden Fall schon was. Also man hat definitiv was ganz Besonderes da stehen. Ja, mit 1000 Watt Netzteil finde ich jetzt wieder rausgeschmissenes Geld. Weil es einfach nicht nötig ist für die Konfiguration 1000 Watt Netzteil. Also wofür? Und da könnte man den Rechner dann 100 Euro günstiger machen und einfach 750 Watt Netzteil einbauen. Aber naja, ist halt so, kann man nicht erinnern. Und letztendlich auch aussehen werden. Natürlich bei Fertig-PCs ist mein erster Gedanke immer, sobald ich einen Fertig-PC sehe, den Preis sehe, ab zu Geizhals und dann schaue ich mir an, was kostet das, wie viel spare ich, wenn ich das selber baue. Und ich werde mit euch, 99% von euch würden das genauso machen. Definitiv. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ding, also im Extremfall, würde das Ding 1000 Euro günstiger sein, was ich aber nicht glaube, so krass ist es nicht. Aber ich glaube, 500, 600 Euro im Eigenbau oder so könnte man auf jeden Fall sparen. Gehe ich fest davon aus. Deswegen gehen wir kurz zu Geizhals rüber. Da habe ich eine Beispielkonfiguration gemacht, auch mit dem F1700KF. 1 TB NVMe SSD von Corsair. Ähnlicher RAM. Die 3090 von Gigabyte, die verfügbar war. Z95 Aorus Elite von Gigabyte. Das habe ich gewählt, weil dieses Mainboard bei dem R12 relativ viele USB-Anschlüsse hat. Also sehr, sehr viele USB-Anschlüsse. Zehn USB-Typ A. Ja, Thorsten Lill ist auf jeden Fall ein großer Alienware-Fan. Kann das sein? Er schreibt hier auf jeden Fall immer wieder und verteidigt die Alienware. Dabei hat noch gar keiner was gegen Alienware gesagt. Typ A. Das ist schon ordentlich viel. Und da muss man natürlich... Moment, was hat er gesagt? Sehr, sehr viele USB-Anschlüsse. Zehn USB-Typ A. Das ist schon ordentlich viel. Okay. Und da muss man natürlich auch ein passendes Board finden, was eine ähnliche Ausstattung hat. Der Fairness halber würde ich sagen. O11 Dynamic. Habe ich gesagt, so 500 Euro habe ich ja gesagt. Also 1000 Euro ist ein bisschen viel. Allein weil die RTX 3090 mindestens 2000 Euro kostet. Da hat man dann auch 1000 Euro für den Rest des PCs. Wird eine enge Geschichte. Ja klar. Aber so 3,5 oder so. Ja, das passt ja in etwa zu dem, was ich auch schon vorher schon gesagt hatte. Denke ich mal Allrounder passt gut. Thorsten, das heißt nicht ich und Alienware, beste Freunde. Das heißt Alienware und ich. Der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Kennst du den Spruch denn nicht? Artic Liquid Freezer 2. Für 70 Euro auch eine gute Wahl. Und 1000 Watt Netzteil von Corsair. Windows dazu. Sind wir bei 3518 Euro. Zumindest mal in dem Moment, wo ich es jetzt gerade hier offen habe. Da muss man jetzt natürlich betrachten, dass der Service und zum Beispiel auch das spezielle Gehäuse nicht mit drin sind. Also dieses Gehäuse kann man ja so einzeln nicht kaufen. Das muss man dann immer noch so ein bisschen geistig dazu rechnen. Auch die Tatsache, dass wir bei Gehäuse ja verschiedene Komponenten von verschiedenen Shops haben. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich auch nochmal 30, 40 Euro drauf rechnen, wenn man bei jedem Shop einzeln bestellt, Versandkosten und so weiter. Und bei Dell ist natürlich auch immer der Support und Service hervorzuheben, weil es ist immer mit dabei, dass man so ein, ich weiß gar nicht wie das heißt, auf jeden Fall ist das so eine Art Premium Support. Das heißt, habt ihr ein Problem, ruft ihr an und am Tag danach ist ein Service-Techniker bei euch zu Hause? Ja, deswegen bezahlt man natürlich relativ hohe Preise bei Dell, LDNB und so weiter. Der Service ist da mit bei. Also soweit ich weiß, ist ja auch in Ordnung und ist ja gut. Das ist ja definitiv nicht schlecht. Meistens braucht den Service natürlich, wenn überhaupt natürlich, ein Laie und meistens muss dieser Service auch nicht in Anspruch genommen werden. Ist schön, wenn er da ist, aber man bezahlt ihn natürlich trotzdem immer und immer. ...vor Ort und tauscht euch gegebenenfalls heile aus. Das ist auch für einen Fertig-PC außergewöhnlich und hervorzuheben. Und dafür bezahlt man natürlich 500 Euro Aufpreis. Das ist nicht gerade ohne, muss man auch dazu sagen. Ich habe übrigens jetzt mal unabhängig dafür, dass ich bei Case King arbeite, ja, aber ich habe bei Case King auch einen Fertig-PC gefunden. Ziemlich ähnliche Konfiguration, 3600 Euro, hat aber weniger RAM und kein Windows. Wenn wir RAM und Windows dazu packen, dann sind wir bei ca. 3.800 Euro, also 200 Euro günstiger als das, ist es nicht der Riesenunterschied, wenn wir uns in so einem Preissegment betrachten, bewegen. Deswegen jetzt mal rein preislich betrachtet, er ist nicht günstig, aber es ist noch okay. So, jetzt kommen wir endlich mal zur Technik. Ja, kann man so sagen. Wir nutzen die neuen 7000D Airflow und 7000D Airflow, wenn es warzend werden. 4x6D Airflow, die wollen wir nicht sehen. Alles natürlich über Corsair IQ individualisierbar. Mehr Informationen findet ihr über den Link in der Beschreibung. Okay, wir starten erstmal mit dem äußeren Design. Und jetzt mal ganz subjektiv betrachtet, muss ich sagen, es sieht, danke Autofokus, es sieht gut aus, aber es hat auch immer noch diesen bisschen den Touch von dem Fertig-PC. Was mir jetzt persönlich nicht gefällt, ist, okay, das Plastik ist, finde ich ja schon mal nicht so geil. Also gerade in dieser Preisklasse wäre so ein bisschen Metall ganz schön, aber dass das hier nicht halbwegs bündig ist. Also die Kante sieht fürchterlich aus, oder? Also bin jetzt nur ich der Meinung, oder ist das so? Ja, diese Kante hier, das geht gar nicht irgendwie. Also in dieser Preisklasse, wenn das jetzt ein 500-Euro-PC wäre oder so, dann gibt's da überhaupt nichts zu schimpfen oder so, dann kann auch mal so eine, ne, ist wie beim Auto, dann muss das auch nicht mal so mega bündig sein. Und 10 Euro von René, da ist auch richtig was los. Onlyfans für das Auto, sehr geiler Spruch. Mega, mega, mega. Vielen Dank, René, dafür. Wir sind auf jeden Fall dem Foto eines Dodge Challengers von mir ein bisschen näher gerückt, würde ich mal so sagen, ne? Sehr geil. Also René, cool, du bist noch nicht lange da oder so, aber du bist schon mal ultra sympathisch. Nicht, weil du was da lässt, sondern auch wegen deinen coolen Sprüchen. Ja, wie gesagt, also mir gefällt diese unbündige Kante hier gar nicht in dieser Preisklasse. No go. Das ist alles Kunststoff, ne? Auch das ist alles Kunststoff. Im Prinzip ist das ganze Gehäuse aus Kunststoff. Was es kein Problem ist, aber ich finde, so rein qualitativ, gibt es nur noch so ein bisschen den Touch von dem Fertig-PC. Sieht auf der Kamera extrem gut aus, auch im Echt. Also wenn ihr das vor euch seht, sieht sehr schön aus. Gerade mit dem Alienware-Schriftzug, der so beleuchtet an der Seite runter geht. Der ist wirklich geil, muss ich sagen. Also da, das ist schon was für mich. Mich würde jetzt interessieren, vielleicht sagt das gleich nochmal, oder weiß das vielleicht jemand im Chat, kann man die Farbe ändern oder ist sie immer in diesen blau-grünen-Türkis? Und auch mit der beleuchteten Front, also so ein bisschen ganz subtil. Doch kann man bestimmt ändern, ne? Und mit diesem Muster, was da hinten drin ist. Vorne glänzender Klavierlack quasi. Das ist natürlich auch der Startknopf. Und wenn wir dann hier vorne schauen, dann seht ihr, was die Konnektivität betrifft, auch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben dreimal USB-Typ A in der Front. Also es gibt nichts zu mecklen, ne? Es ist alles da, USB-C, dreimal USB-A, Mikrofon, Kopfhörer, alles dabei, mega. USB-Typ C drunter, ein bisschen schwer zu sehen, aber dann auch nochmal Audio drunter. Oh, oh, der René, der René beschwert sich eine offizielle Beschwerde im Twitch-Chat. Alles klar, die Beschwerde ist auf jeden Fall angenommen und sie wird auch vorgelesen. Der René schreibt jetzt, hey, nur weil ich nicht bei Twitch dabei war, heißt das nicht, dass ich dich ja auf YouTube nicht verfolgt habe. Okay, Schande über mein Haupt, da hast du natürlich vollkommen recht, ne? Wir reden hier jetzt aber natürlich von Twitch. Auf YouTube nehme ich dich ja natürlich nicht so wahr. Ja, da schreibst du vielleicht mal einen Kommentar und dann sehe ich das vielleicht auch mal, ja. Aber auf Twitch ist das natürlich eine ganz andere Sache. Du bist im Chat hier aktiv, du schreibst halt viel, ne? Jetzt schreibt der Haar, alles gut, Roppelsmileys, ne? Also von daher, auf YouTube nennt man euch nicht so wahr wie hier. Das ist hier nochmal eine ganz andere Liga und viel, viel, viel geiler. Jetzt mal einfach äußerlich her, natürlich Geschmackssache, aber ich denke, das ist ganz gut. Wenn wir das dann mal umdrehen und die andere Seite betrachten, dann sehen wir hier zwei große Lüftungsschlitze. Finde ich optisch nicht geil, ne? Oder? Also das sieht wirklich scheiße aus. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Entschuldigung, Twitch, das sieht doch total kacke aus. Also das erinnert mich tatsächlich irgendwie so an irgendwelche Klimageräte oder 80er, 90er Jahre Fernseher, wo man da so einen Lautsprecher an der Seite hatte und da waren dann auch immer so diese Schlitze drin, damit der Tod dann noch so rauskam. Daran erinnere ich mich, das sieht mega, mega, mega scheiße aus. Alienware-Büte ändert das. Das kann man auch anders lösen. Ich hab's noch nicht aufgemacht, aber hier soll die Grafikkarte dahinter sitzen. Das ist dann wahrscheinlich für die AIO oder fürs Netzteil. Ja, stimmt, das Netzteil sollte dahinter sitzen. Und hier oben, da fühlt man auf jeden Fall, wenn man draufpasst, da kommt ein bisschen hauble Luft raus. Das ist dann die linke Seite. Diese Maus ist übrigens auch dabei. Ich frage mich zwar, warum, weil auch vom Gefühl her, ich würde nicht... Das ist eine 10-Euro-Maus, oder? Das ist doch definitiv eine 10-Euro-Maus. Übrigens auch dabei. Dreh die nochmal um. Da steht er drauf, du kannst es nicht lesen. Ich frage mich zwar, warum... Nein, ich kann es nicht lesen. Warum, weil... Das ist eine 10-Euro-Maus oder eine 5-Euro-Maus. Ganz billig. Wir shoppen jetzt mal eben mit Szene-Mensch. Und dann zeige ich euch was, was mir schon beim Testen aufgefallen ist. Oh, wieso kippt schon, der ist nicht. Ja, ihr filmt es nur ab. Okay. Aber erstmal können wir auf die Temperaturen schauen. Das ist schon mal eigentlich auch ganz interessant. Also wenn wir erstmal hier drauf schauen. Beziehungsweise erstmal PL1, PL2. PL1, PL2. Soweit richtig konfiguriert. 125 und 250 Watt. Das passt soweit. Wenn wir die CPU-Temperatur während dem Run anschauen. Dann ist es soweit auch absolut in Ordnung erstmal. Vollkommen in Ordnung, ja. 80 Grad Celsius unter Last wie Cinebench. Jetzt geht es schon runter auf 60 Grad. Weil eben das PL1 Power... Und daran erkennt ihr jetzt wunderbar nochmal für alle, die Intel so hassen. Nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich sehe das einfach nur realistisch. Intel wird viel niedergemacht, schlecht gemacht. Wegen diesem hohen Power Limit. Das PL2 Power Limit. Ja, ein 11700 oder 11900 braucht mal, mal 250 Watt. Und wird in dieser Phase auch mal gerne 80, 90 Grad heiß. Ja, wird es. Das sind aber nur knapp unter einer Minute. In der Regel braucht der Rechner oder die CPU nur 125 Watt maximal. Bei Standardkonfiguration des Mainboards wohlgemerkt. Das kann man natürlich alles aushebeln. Keine Frage. Und dann bleibt die CPU auch richtig schön kühl. Also man muss sich bei einer modernen Intel CPU eigentlich keine großartigen Gedanken wegen der Temperaturen machen. Es ist alles halb so wild. Alle reden immer nur von diesem hohen Stromverbrauch 250 Watt, der nur ein paar Sekunden anliegt. Und das riecht mich so ein bisschen auf, dass das so das alleinige Thema bei vielen ist. ... schon greift. Gereta, moin. Und das tut es sehr früh. Und zwar auch zu früh. Wenn wir kurz einen Blick... Was war da zu früh? Habe ich jetzt nicht gehört. Und das tut es sehr früh, weil eben das PL1 Power Limit schon greift. Und das tut es sehr früh. Und zwar auch zu früh. Wenn wir kurz einen Blick in XTU werfen, da können wir das ja immer schön auslesen, dann sehen wir, PL1 passt, 125 Watt. PL2 passt auch, sondern 50 Watt. Aber Tau, also der Wert, wie lange das hier anliegt. Ist so kurz, ja, 28 Watt. Liegt bei 28 Sekunden. Ist eigentlich das Doppelte. Eigentlich bei 56 Sekunden liegen. Also genau dem Doppelten. Denn im Ergebnis sehen wir 5100 Punkte, während ein 11700K eigentlich eher 5500 bis 5700 Punkte haben sollte. Wir können das natürlich in XTU ganz einfach ändern. Dropdown, unten 56 auswählen und dann einfach mit Apply übernehmen. Und jetzt sehen wir, dass das Power-Limit eben deutlich länger anhält. Also wir sind hier immer noch bei circa... Und genau dafür, wie gesagt, dafür kann man Intel dann ja auch wieder nicht mögen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und genau für solche Geschichten ist ja auch der Modus gedacht. Für einen Cinebench, der im Optimalfall vielleicht auch seine 56 Sekunden läuft. Oder nehmen wir mal an, er läuft eine Minute 30. Also 90 Sekunden ist ja völlig egal. In den 56 Sekunden macht die CPU natürlich deutlich mehr Dampf. Benchmarks werden natürlich wunderbar geschönt, obwohl die CPU dauerhaft halt nicht diese Power bringt. Also in der Hinsicht kann man sagen, Intel, finde ich jetzt nicht so geil, was ihr da macht. Ja, aber der Stromverbrauch wird dadurch jetzt nicht so immens beeinflusst und so brutal heiß wie in den CPUs halt auch nicht. Zucker 200 Watt, das wird jetzt gleich runter droppen. Aber es reicht eben typischerweise für fast den ganzen Cinebench Run temperaturtechnisch auch kein Problem. Also eine ganz einfache Änderung und wir haben einfach mal 10% mehr Leistung. Also eigentlich eine sehr simple Änderung und das sollte Dell eigentlich sehr, sehr einfach mit einem BIOS-Update auch beheben können. Apropos BIOS, schauen wir doch da mal rein. Das BIOS ist sehr schön und schlicht. Ei, 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 da gibt es natürlich nicht viel. Das ist natürlich auch so ein Ding mit Fertig-PCs, aber das ist so gut wie immer so. Außer halt so einen selbst konfigurierten Fertig-PC, da habt ihr natürlich ein komplettes BIOS. Aber in Fertig-PCs kennt man genau sowas, hier so ein Spar-BIOS. Du kannst da einfach nicht viel machen. Also er wird uns gleich zeigen, was da so möglich ist. Wer weiß, vielleicht gibt es in AdWords jetzt 1.000 Einstellmöglichkeiten oder so, ist durchaus möglich. Ich glaube aber nicht. Diese Fertig-PCs-BiOS-Versionen sind eigentlich so, ja, ziemlich mickrig immer. Übersichtlich gestaltet, das, was wir auf jeden Fall suchen, ist bei Advanced. Also hier gibt es auch alle Optionen, die man so für einen normalen PC, sage ich mal, braucht. Und unter Performance-Options, sehr, sehr cool gemacht. Es gibt sogar Overclocking-Features. Können wir Enabled machen, dann Overclocking-Level. Hier kann man Level 1 und Level 2 auswählen. Das sind unterschiedliche PL1- und PL2-Konfigurationen. Bei beiden ist es allerdings so, dass Tau immer auf 28 Sekunden sitzt. Also das ändert sich dadurch nicht. Das habe ich auch gecheckt. Und bei Level 2 ist es auch so, seht ihr hier, Core-Voltage-Override ist dann auch so, dass das eigentlich nicht mehr richtig funktioniert. Wir können uns aber kurz anschauen, was da passiert. Äh, okay. Also bei Fortress... Ja, womit hat man da jetzt gerechnet? Hätte auch einfach sagen können, Absturz, ja. Ist doch logisch. Habe ich dieses Problem nicht. Okay, das war wohl ein Windows-Schlug auf. Ignorieren wir das mal. Wie gesagt, beim Vortesten hatte ich eigentlich gar keine Probleme in der Hinsicht. Auch nicht mit dem Presetting. Aber, was wir jetzt hoffentlich auch wieder sehen werden, zumindest als ich es vorhin getestet habe, war es so, wenn es länger lief, wir sehen jetzt schon, Diagnostic malzaheit, wird es ans Limit gehen. Also bei mir war es so, dass dann nach ein paar Mal laufen lassen, das in die Region ging, dass die CPU dann throttlet, also sich runter taktet, weil die CPU hier zu warm wurde. Schauen wir uns mal, was passiert. Ist ja jetzt auch der erste Cinebench. Vorher war es ja nicht warm. Wir haben noch einen zweiten Run auf jeden Fall machen lassen, aber wir seht, in welche Richtung das hier geht. Ja, klar, jetzt braucht ihr auch mal 250 Watt, das knallt natürlich. Und da war auch das Runtertakten gerade schon zu sehen hier. Sieht man jetzt wieder, taktet fröhlich ab und zu mal runter. Und dadurch kommt es natürlich letztendlich dann auch zu einem Leistungsverlust und ich vermute mal zu einer geringeren Leistung als das, was wir Stock gesehen haben. Aber schauen wir mal kurz, was beim Cinebench jetzt bei rauskommt am Ende. Ja, da 4.500 Punkte. War zu erwarten. Also Pre-OC-Setting Level 2 auf jeden Fall nicht verwenden. XMP ist übrigens korrekt, übernommen. Es sind 3.466 MHz, aber CL20. CL20. CL20 ist aber schon Hardcore. Leute, das sind 4.000 Euro PC. Ein 4.000 Euro PC. Ich finde es ja schon eigentlich nicht in Ordnung, beim 4.000 Euro PC nicht mindestens 3.600er RAM einzubauen. Das sieht man denn noch nach. Aber solche Latenzen, no go. Sorry. Das macht am Ende jetzt zwar nicht den Unterschied zwischen flüssig und rucklig aus, trotzdem, also in dieser Preisklasse geht das gar nicht. Ganz ehrlich, in dieser Preisklasse, das absolute No-Go finde ich eine Frechheit. Ich bin gespannt, was Roman jetzt dazu sagt. Für 3.466 ist echt hoch. Also zurück ins Beihauß, manuell einstellen. Das war es? Okay. Hier habe ich 49 eingestellt für den Multi und wir machen Adaptive Mode für die Spannung. 30 Millivolt Override, also 30 Millivolt mehr für die CPU. Das ist noch absolut verträglich. Power Limit leider. Ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon, die Volt also direkt einzustellen. Wie viele Volt es sind. Also diese Over Voltage und Under Voltage und so, dieses Offset, weiß ich nicht. Das ist schön, also eine Option, also wenn man es auch nutzen kann. Aber ich bin immer ein Fan davon, auch zumindest die, also die Spannung der CPU einmal ganz klar fest einzustellen oder zumindest so ein Mittelwert. Also mir geht das einfach bei vielen Millivoltz tierisch auf und sagt, die nur noch einen Offset-Modus nutzen. Ein bisschen ärgerlich, aber naja, okay, bei so einem Sparbord jetzt sowieso nichts zu ändern. Da haben wir hier nicht die Tau-Option. Also es steht nach wie vor auf 28 Sekunden, was relativ schade ist. Das setzen wir auf 155 Watt. Wir müssen das so eingeben, das ist auch ziemlich strange, habe ich noch nie gesehen. Unten steht, dass wir das Ganze in Millivolt einstellen. Also das ist auch, das macht kein Mensch. Also eigentlich in Watt wäre einfacher gewesen. Einfach 155 einstellen, fertig. Deswegen wundere ich nicht, dass wir hier 15.500 Millivolt einstellen müssen und dann 25.100 für. Und das ist natürlich schon eine schöne Oberglocke-Methode. Also schön, dass das jetzt bei so einem Fertig-PC dabei ist. Also das BIOS ist dann doch etwas, gibt auch auf jeden Fall einen Takt mehr her, als ich dachte. Und nichts geht einfacher, als eine CPU einfach über das Power Limit zu übertakten. Mehr Strom, mehr Leistung, natürlich auch mehr Hitze. Wenn da entsprechend gute Kühlung drin ist, kann man das ja machen, solange man bereit ist, den Strom dafür zu bezahlen. PL2. Mit den Einstellungen sieht das jetzt deutlich besser aus. Also wir haben immer noch so um die 200 Watt, 220 Watt Leistungsaufnahme. CPU temperaturtechnisch, aber absolut im Rahmen. Wir kratzen dann zwar im Cinebench Run an die 90 Grad, aber wir sind nicht in einer Region, wo sich die CPU runtertakte. Das ist das Wichtige. Und im Ergebnis haben wir jetzt knapp unter 5500 Punkte. Also wir sind dann mit den knapp unter 5500 Punkten immer noch etwas langsamer, als die CPU sein sollte, aber in einem Bereich, wo es noch zu verschmerzen ist. Wir reden hier auch nur über Cinebench. Im Gaming-Betrieb sollte dieser Performance-Einfluss auf jeden Fall nicht spürbar sein. Und wenn Dell dann ein BIOS-Update macht, dann hat sich die Sache sowieso erledigt. Was ich mich dann aber gefragt habe, ist, wie ist in dieser Situation dann eigentlich die Spannungswander-Temperatur? Die können wir leider nicht auslesen mit hardware-info, aber da wir das halt sowieso mal kurz auseinanderbauen, können wir eigentlich auch dann, wenn wir es wieder zusammenbauen, einen Temperaturfühler wahrscheinlich ans Mainboard anbappen und dann checken wir mal. Auf der Rückseite sieht das Teil auf jeden Fall 100% aus wie ein Fertig-PC. Ja, also hier definitiv zu erkennen. Schön ist natürlich wirklich reichlich Anschlüsse, also das Mainboard ist auf jeden Fall mit, ja, hat er ja vorhin schon gesagt, mit vielen USB-Enschlüssen gepaart, aber das hier unten zum Beispiel, dieses Silber, das gibt es einfach so bei vernünftigen Gehäusen einfach nicht mehr. Da ist mittlerweile alles schön schwarz lackiert. Es sieht, wie er schon sagt, das sieht einfach nach Fertig-PC aus. Das kann man nicht anders sagen. Einfach nur typische Stahlzeugs hier. Wenn man den öffnen will, übrigens hier eine Schraube raus, dann kann man hier dran ziehen und dann kann man das Seitenteil abnehmen. Das werden wir gleich machen. Erstmal kurz noch ein Blick auf das Mainboard. Muss ich wirklich sagen, exzellent ausgestattet, was zumindest mal USB betrifft. Mega, ne? Sehr gut. WLAN würde ich vermissen vielleicht an der Stelle, aber ansonsten, was USB betrifft, USB-C Netzwerk, absolut top. Hier unten natürlich unsere 3090. Der Innenaufbau ist höchst interessant. Also erstmal haben wir hier Platz noch für eine Festplatte, falls ihr eine einbauen wollt, einen Strom-SATA-Anschluss steht bereit. Wir haben hier unten eine Stütze. Und genau so was sieht man bei Fertig-PCs und das mag ich halt nicht, weil die immer so ganz speziellen Aufbau haben, ganz spezielle Kühlung natürlich. Das verlangt natürlich auch viel Planung und viel Entwicklung und so weiter. Da gehen natürlich auch Kosten bei drauf, ist überhaupt keine Frage. Aber ich mag das nicht. Gerade wenn man jetzt so PC-Bastler, Tüftler ist oder so, da halte ich nicht viel von. Auch wenn das natürlich jetzt gerade für diese Gehäusegröße oder so so ein bisschen optimiert werden muss. Aber Dell-PCs kenne ich nicht anders. Dell-PCs, wenn du die aufmachst, die sehen immer so speziell aus. Schrecklich. Für die Grafikkarte finde ich ausgezeichnet. Die Grafikkarte auf jeden Fall so sehr, sehr sicher für den Transport. Wir haben noch mal zusätzliche Stromanschlüsse. Falls ihr noch eine zweite Grafikkarte einbauen wollt, was ich auf gar keinen Fall machen würde. Aber falls man noch Erweiterungskarten braucht oder sowas, dann auf jeden Fall schon mal Stromanschluss mit drin. Das ist praktisch. Und hier hinten haben wir jetzt diese zwei Hebel. Können wir jetzt mal auf quasi Unlock stellen. Und dann sollten wir das hier rausnehmen können. So ist jetzt das ganze Netzteil einfach zur Seite rausgeklappt. Das Netzteil sitzt... Obwohl, ich muss zugeben, das sieht ja noch einigermaßen normal aus. Das sieht ja tatsächlich noch relativ normal aus hier. Sobald das Netzteil jetzt weggeklappt wurde, dann nehme ich jetzt das, was ich gerade gesagt habe, mal zumindest so ein bisschen zurück. Es ist immer noch sehr speziell. Ja, das Netzteil ist natürlich in einer Position, wo ja halt viel Hitze herrscht. Keine Frage, wo es auch viel Hitze abgibt in dem Bereich. Ist sicherlich nicht optimal. Aber hier ist ein relativ normales Mainboard zu finden. Und der Aufbau ist ja, würde ich jetzt mal sagen, normal, oder? Vor dem Mainboard, also vor der CPU, über der Grafikkarte, so, ich sage mal, Design, Layout-technisch. Und mit der Halterung, das finde ich mega. Da droht man recht. Das ist natürlich optimal, solange das natürlich kein PC mit Fenster ist. Also im PC mit Fenster möchte ich so eine Halterung natürlich nicht sehen. Das sieht mega scheiße aus. Aber so, die RTX 3090 wiegt natürlich einiges für den Transport geil. Und auch so, dann hängt die halt nicht durch. Also ist schon eine ganz coole Sache. Sehr, sehr platzsparend gemacht. Finde ich ziemlich cool. Hier, wie gesagt, diese Stütze, die können wir uns gleich mal noch entfernen. Und schauen wir uns mal die Grafikkarte an. Mainboard und CPU. Und da sehen wir, die CPU ist ja IO gekühlt mit einer 120er IO, die hier oben im Deckel drin sitzt. Ich schaue mal, ob ich das ein bisschen auseinanderbauen kann für euch, dass wir das so ein bisschen besser betrachten können. Wir haben Dual-Channel-Hyper-X-Module. Auch keine Überraschung. Was ich übrigens komplett übersehen habe, das Teil hat WLAN. Also das ist ein M2-WLAN-Modul. Und da sieht man auch, wie die Antenne hier weggeht. Die geht aber ganz oben ins Case und deswegen habe ich es einfach nicht gesehen. Aber WLAN doch vorhanden. Cool. Hier haben wir die 3090, das eigene Stell-Design. WLAN ist zum Beispiel so eine Sache, beim Fertig-PC ist das eigentlich meiner Meinung nach ein Muss. Weil Fertig-PCs kaufen sich natürlich in der Regel auch Leute, die natürlich jetzt alles in einem haben wollen, die jetzt vielleicht auch nicht wissen, wie man sowas nachrüstet, ob man sowas nachrüsten kann, die damit halt nichts am Hut haben. Und die zu Hause auch höchstwahrscheinlich tatsächlich eher WLAN nutzen als LAN. Also an PC kommt bei mir nur immer ein Kabel. WLAN brauche ich im PC nicht, will ich auch nicht drin haben. Aber in Fertig-PC gehört WLAN eigentlich rein. Caro, dann lass dir das Schnitzel auf jeden Fall schmecken und bring mal eins rüber. Ich habe auch Hunger. Das Nexus hat zu dieser Karte ein sehr gutes Video gemacht. Deswegen werde ich die jetzt nicht weiter öffnen oder analysieren. Die Conclusion von Gamers Nexus war eigentlich, dass es eine relativ gute Karte ist. Was mir persönlich auch direkt aufgefallen ist, ist, dass es hier eine gute Backplate gibt. Das heißt, die Backplate hat nicht nur Deko, sondern tatsächlich Funktionen und zwar kühlende Funktionen, weil könnt ihr dann im Gamers Nexus Video sehen, hier ist auch eine Heatpipe drunter. Das heißt, man versucht tatsächlich die Wärme von hier abzuführen, hier hinten in dem Bereich, wo ja die Luft durchströmt und somit ist es quasi eine aktive Backplate. Also das ist gut gemacht. Wie gesagt, schaut euch das Gamers Nexus Video an, wenn ihr da mehr Details zu dieser Karte sehen wollt. Im Gegensatz zu dem das Nexus Video haben wir hier aber ja die Intel-Version und auch die IO-Kühle-Version. Die hatten einen PC mit einem Boxkühler, wo die Temperatur auch echt nicht gut war. Von dem, was wir bisher sehen konnten, war die Temperatur eigentlich für den Normalbetrieb top. Selbst minimales OC war ja möglich, ohne dass wir jetzt direkt die CPU zum Throtteln gebracht haben. Also soweit schon mal sehr gut. Was die Kühlung betrifft, auf den Erstblick sieht es sehr, sehr gut aus. Also das ist ein Design, was man im normalen PC eigentlich wahrscheinlich eher nicht erwartet. Genau so ist es. Da hat er vollkommen recht und das ist, wisst ihr was, es ist schade. Ja, okay. Das sieht jetzt nicht geil aus. Im Fenster-PC oder so ist das nicht schön. Das kann man aber schön schwarz lackieren oder so und sicherlich noch ein bisschen optimieren, dass das so optisch vernünftig ist. Aber warum? Ich bin seit Jahren schon über die Mainboard-Hersteller am Schimpfen. Warum gucken die bei der Kühlung nur auf die Optik? Also, okay, nicht alle. Nicht immer grundsätzlich. Ja, gebe ich zu. Es gibt da Ausnahmen. Aber fast immer erst die Optik, dann die Kühlung. Warum? Es gibt da auch schöne Optik mit sehr, sehr, sehr viel Kühlfläche. Also hieraus kann man doch was machen, wenn man will. Aber nein, es geht nur um die Optik. Hauptsache der Kühler sieht geil aus. Und ja, ob der jetzt kühlt oder so, ist ja erstmal zweitrangig. Und das sogar bei sehr teuren Mainboards. weil das eben komplett funktional ist. Also hier ist Design ja komplett egal, wie es optisch aussieht. Aber wir haben einfach, wir haben einfach einen Kühler mit Oberfläche, Heatpipe. Ich denke, die Temperaturen von den Spannungswandlern werden ganz gut sein. Das werden wir dann aber sehen, wenn wir das Teil ausbauen. Wartet mal kurz. Ich kann euch mal was zeigen. Ich kann euch mal was zeigen. Denn es gibt Hersteller, die machen das vernünftig. Das Mainboard ist zwar jetzt nicht top aktuell, aber jetzt auch nicht schweinealt. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz hier abbauen, weil das Mainboard, das seht ihr im Hintergrund in meinen YouTube-Videos, wird nicht benutzt. Ist auch schon sehr staubig. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt die hässlichste Kühlung. Ist auch nicht die schönste, muss ich zugeben. Aber es gibt auf jeden Fall hässlichere. Und ich muss eben noch gucken, das Board ist von, muss ich jetzt mal eben sehen, das Lightsaber von, 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 welche Marke war das denn überhaupt nochmal? Also eine chinesische Marke, Z-100-Zipi-Lightsaber. Ich komme gerade nicht drauf. Hier steht auch nichts drauf. Elite Group oder so irgendwie. Ich weiß gar nicht mal, welches das jetzt genau war. So, jetzt guckt euch mal diese Kühlung hier an. Ist das nicht geil? Natürlich, der IO-Bereich oder so ist mittlerweile natürlich, da sind auch immer diese dicken Höhlen drauf, wie ich es auch immer nennen mag, die natürlich auch ziemlich gut aussehen. Aber ich finde, die Kühlung sieht auch gut aus. Das kann man doch genauso machen. Ich finde das überhaupt nicht hässlich. Besonders, wenn das jetzt auf einem topmodernen Board so verbaut wäre, würde ich mich darüber überhaupt nicht aufregen. Das ist schön geformt. Da ist unfassbar viel Fläche drauf. Das kühlt wie Sau. Also das sieht doch spitze aus. Es sieht besser aus, als in dem Video von Roman auf jeden Fall. Und ist, glaube ich, so zumindest vom Außen her die effektivste Kühlung, die man da so draufballern kann. Also, dass diese VRMs zu heiß werden, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Aber was war das denn noch mal für eine Marke? Also ich weiß, die Verpackung habe ich ja noch hier rumfliegen. Das ist so eine goldene Verpackung. Und das Board gab es nicht in Deutschland zu kaufen. Deswegen ist dieser, ja, also mir wurde das zugeschickt. Ich habe das auch mal so kurz vorgestellt. Aber am Ende brachte das nicht viel, weil das Board gab es hier nicht zu kaufen. Und da habe ich gesagt, Leute, was bringt es mir jetzt eine Review zu dem Board zu machen, wenn es hier nicht zu kaufen ist? War ein bisschen sinnlos, das Ganze. Aber ich habe es jetzt so als Deko halt noch so ein bisschen rumstehen und dafür taugt das ja. Also, ich habe es tatsächlich noch nie angeschlossen gehabt. So, dann stellen wir es mal wieder zurück. Und wir machen mal weiter. ECS Elite Group, ne? Genau. Ja, Elite Group, wie ich schon gesagt habe. Jetzt gleich mal versuchen, das Mainboard komplett einfach rauszuholen. Ansonsten haben wir hier in der Front einen 120 mm Lüfter, der dann eben Luftzufuhr bietet, dann direkt für die Grafik hat er in dem Fall. Und oben natürlich noch mal den Lüfter für die IO, der dann die Luft nach draußen rauszieht. Dementsprechend aber auch ein bisschen... Entschuldigung, jetzt bin ich am trinken hier und ihr seht mich nur trinken, aber nicht das Video. Das wollen wir natürlich nicht. Hier kann man aber sehen, wenn wir das Teil ausbauen, ich werde jetzt gleich mal versuchen, das Mainboard komplett einfach rauszuholen. Ansonsten haben wir hier in der Front einen 120 mm Lüfter, der dann eben Luftzufuhr bietet, dann direkt für die Grafikkarte in dem Fall. Und oben natürlich noch mal den Lüfter für die IO, der dann die Luft nach draußen rauszieht. Dementsprechend aber auch ein bisschen natürlich unter der Grafikkarte leidet und dann auch die warme Luft der Grafikkarte natürlich mit nach draußen zieht. Wir haben hier noch eine M2 SSD, die unten drin sitzt. Chipsatz-Kühler übrigens für ein Z94-Chipsatz. Das ist kein Z95-Board, auch wenn man das bei einem 11er-Serien-CPU-Teil erwarten würde. Es ist ein... Erwarten würde, zum einen, und in der Preisklasse auch erwarten würde. Also ein altes Board, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so tragisch, mit 490er, es geht halt immer um die Preisklasse. Und in dieser Preisklasse erwarte ich dann einfach natürlich jetzt auch ein Z590-Board. Ich selber habe ja auch ein 490er in meinem Hauptrechner. Das liegt aber auch daran, weil das Board natürlich mega teuer war und natürlich alles kann bis auf Kaffee kochen. Aber das hier... Und wisst ihr, was immer schlimm ist? Auch wenn das Gehäuse geschlossen ist, solche Boards sind so unfassbar hässlich. So sahen Boards so vor... Ich würde mal sagen vor 15, 20 Jahren aus. Da sahen Mainboards so aus. Das war auch in Ordnung. Aber die Zeiten sind mittlerweile vorbei. Ich weiß nicht, warum man immer noch die Boards so blau einfärbt. Schrecklich. Z94-Board, was jetzt aber eigentlich nicht so wirklich relevant ist bei so einem PC, würde ich sagen. Ich habe jetzt mal die IO demontiert, also zumindest mal Kontakt, wärmerleid, passt eine Menge und sowas. Sieht alles gut aus. Ich kriege nur die IO hier oben nicht raus, das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich einfach mal kurz das Mainboard ausbauen und rausholen und das Teil hier einfach drin lassen. Ich meine, das ist am Ende. Also mich würde hier an dieser Stelle mal, Roman, falls du das zufällig sehen solltest, ich weiß nicht, ob du dir meine Streams anguckst oder meine Videos auf das Monty Uncut, ich denke ja nicht. Falls du sehen solltest und du mir bereit bist, Auskunft zu erteilen, mich würde ernsthaft mal interessieren, wie lief das ab mit diesem PC? Hast du den geschickt bekommen? Einfach so, hier komm, wir schicken den hier denn rein, mach einfach ein Video dazu, egal wie deine Meinung ist und den kannst du behalten oder musst du den zurückschicken, weil es jetzt ein Placement, wofür du sogar Geld bekommen hast, würde mich wirklich brennend interessieren oder hast du den eventuell, es gibt ja noch eine Option, tatsächlich sogar selbst gekauft, um den jetzt einfach mal zu testen. Oder hat er was dazu gesagt? Nee, ne? Also ich meine, er hat nicht gesagt, wie er den bekommen hat oder so. Also es gibt jetzt diverse Optionen, würde mich brennend interessieren, wie du an diesem PC gekommen bist. Eine ganz normale Ace Take 120 mm I.O. Denke ich nicht, das ist so interessant, das Ding auszubauen. Das Mainboard habe ich jetzt draußen, habe auch schon den Spannungswandlerkühler entfernt irgendwie. Als ich es so gesehen habe, dachte ich so, ey krass, okay, schon eine coole Spannungsversorgung, aber dann habe ich gesehen, dass eigentlich nur hier was ist und hier oben, da ist immer was, wo es eigentlich sogar vorbereitet ist dafür. Es gibt die Pads und alles, ist gar nichts drauf. Also es ist nur eine reine sechs Phasen Spannungsversorgung, wenn wir hier hinten den Spannungs... Also auch nicht besonders stark, also das Mainboard würde höchstwahrscheinlich jetzt im Handel höchstwahrscheinlich nicht mal 100 Euro kosten, wenn überhaupt. Ne, mit einer sechs Phasen Spannungsversorgung für den 11.700K ist so eine Sache, das reicht ja, aber die wird dann natürlich entsprechend warm und übertakten auf Dauer ist natürlich jetzt auch nicht so das Optimum. Spannungsband. Ach so, Lordntv schreibt gerade was, das wäre ein Sample, würde unter dem Video stehen. Wo steht das? Das Samples der Alienware, ach so, jetzt habe ich es weggemacht, ich trottel. Ne, okay, das bringt jetzt, ja, das heißt ja gar nichts. Bezahlte Inhalte, okay, schreibt das sogar extra, aber finde ich gut. Ich glaube, das muss ich auch mal so machen. Das macht er, das macht er natürlich mega transparent, liegt allerdings auch daran, weil er in seinem Video natürlich komplett Werbevideo schreibt. Das muss ich nicht, weil ich habe, bei meinen Videos immer nur Werbung drinstehen, wenn Werbung da ist. Samples, ja, okay, nur was heißt das, was heißt das? Muss das zurückschicken, wurde dafür bezahlt, aber ich gehe davon aus, wenn das so transparent war, wurde er hierfür nicht bezahlt, gehe ich davon aus und er wird den PC sicherlich behalten können. Oder er hat vorher vielleicht sogar mit der ausgemacht oder so, hier schickt mir den rein, ich schicke euch den wieder zurück, aber ich möchte den gerne komplett auseinander nehmen. Also, ich habe keine Ahnung, ich bin noch zu klein dafür, dass ich jetzt solche Samples bekommen würde. Wie das läuft, kann ich beim besten Willen nicht sagen. ... controller checken, ist das ein NCP 81266, ist eigentlich einer, den man typischerweise eher in Notebooks findet und das ist ein 6 plus 2 Controller, dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier 6 Phasen für die CPU haben, nicht besonders viel, wird aber wahrscheinlich funktionieren, also hat er auch funktioniert. Oh, ich habe die Mikro die ganze Zeit so weit weg stehen, sorry Leute, packen wir jetzt mal. Sorry Leute, das war ein bisschen leise, glaube ich, ne? Na, so, Temperaturfühler auf die Rückseite, ich baue es wieder zusammen und dann checkt man, was bei euch rauskommt. Ich habe jetzt fast wieder alles drin, ein Ding, was ich mal kurz highlighten möchte, ist die Beschriftung auf dem Board. Das finde ich mal unabhängig von allem extrem cool. Wir haben hier zum Beispiel alle DIM-Slots richtig beschriftet und dann steht hier oben, Stimmt, ne? Wir haben mir gar nicht aufgefallen, glaube ich. Zum Beispiel, welche Reihenfolge man das richtig bestücken muss. Für uns ist es normalerweise relativ irrelevant, aber für jemanden, der sich vielleicht nicht so auskennt, ist es echt praktisch gemacht, falls er mal den PC... Ja, Noah, wer baut, baut seinen Fertig-PC schon auseinander und macht da was dran. Okay, in der Einheit ist es gut, das kann auf jeden Fall nicht schaden, ja? Und wenn, dann geht dann natürlich ein Laie dran und der sieht sofort alles. Also irgendwo ist es schon wieder gut, aber die Sache ist die, wer geht schon, also ein Fertig-PC-Käufer geht in der Regel an sein Fertig-PC gar nicht mehr dran. Der lässt das sowieso dann irgendwelche Könner machen. Wenn sie aufmacht, also auch hier, Fan-Front ist dann zum Beispiel direkt angeschrieben. Hallig, René, gibt es das Wort? Er schreibt gerade wegen dem Mikrofon, was vorhin weg war, war sehr hallig und fragt dann, gibt es das Wort doch, ne? Also nicht nur als diese, diese komischen Nordsee-Halligen oder so, sondern, Hallig doch, gibt es das, ist so ein Wort, oder nicht? Fan-HDD, LED-Beleuchtung, Also es ist alles so beschrieben, dass jemand, der eigentlich auch keine Ahnung von PCs hat, falls er das mal auseinandergebaut hat, das Problem, wo es wieder montieren kann. Zum Beispiel auch die USB-Anschlüsse. Das ist alles farblich gekennzeichnet. Also der SATA-Port hier, der ist auch an dem blauen dran. Das Kabel hier geht in den blauen Anschluss, das andere in den schwarzen. Also es ist alles so gemacht, dass die Montage und Demontage unfassbar leicht fällt. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass das gar nicht mal so für den Endkunden gedacht ist, sondern eventuell sogar für die, im Prinzip für die Montage bei Dell oder bei Alienware. Vielleicht hat man da mal, ja, einen Anfänger, der noch nicht so perfekt eingearbeitet ist und der sieht da sofort, da steht das, da steht das, da steht das. Ich weiß nicht, wie das da genau läuft, kann aber eventuell auch damit zusammenhängen, kann ich mir vorstellen. Einfach optimierter Produktionsprozess. Das finde ich wirklich cool. Und nach 30 Minuten Prime 590 sieht das Ganze so aus. Übrigens läuft auch der GPU-Zell-Render-Test noch zusätzlich im Hintergrund, dass auch die Grafikkarte ein bisschen Abwärme reinballert, aber 84 Grad direkt hinter den Mosfets. Das ist okay. Temperaturtechnisch ist das Mainboard also vollkommen in Ordnung und wir haben ja auch das höhere Power-Target, was da läuft. Das waren immer noch die 155. Ach so, die hat er immer noch drin. Das hat er jetzt, okay, hat er jetzt vorher nicht gesagt. 50 Watt, die eingestellt waren. Das sind ja dann 30 Watt. Der Lord Jova schreibt gerade was Interessantes. Da du es gerade nicht gelesen hast, dass die Boards grün oder blau sind, da technische Gründe. Sie sind einfacher zu produzieren und die Farbe grün und blau ist natürlich für das Material. Schwarze Boards werden einfach nur angesprüht, was diverse Nachteile hat. Okay, danke für den Hinweis. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte, so ein blaues Board oder so ist tatsächlich auch lackiert. Okay, wissen wir jetzt schon mehr. Mehr als die CPU normalerweise hat, also gehe ich davon aus, normalerweise Prime 95 eher Richtung 75 bis 80 Grad Celsius. Checken wir jetzt aber noch kurz die Temperaturen unter Gaming Last, was die CPU und die Grafikkarte dann haben. Die Grafikkarte habe ich gerade schon in Times by Extreme einmal schnell getestet. Da haben wir knapp über 60 FPS. Das ist ein bisschen weniger als jede andere 3090 hatte, die ich bisher getestet habe. Liegt aber glaube ich auch daran, weil sich diese Karte extrem strikt an alle Power-Targets, die so einen Graben hält. Man kann da auch nichts einstellen. Das heißt, im MSI Afterburner nicht mal ein Prozent mehr Power-Target lässt diese Karte zu, was wahrscheinlich für diesen Typ PC und für den Typ PC... Ja, das ist auch wieder das Problem bei OEMs. Die haben natürlich auch spezielle OEM-Grafikkarten drin, wie in diesem Fall. Und ja, da sind die BIOS-Versionen entsprechend zusammengestutzt. Also bei jeder normalen Grafikkarte, die du im Handel kaufst, kannst du das Power-Target noch hochsetzen. Und wenn es nur 10 Prozent sind, also ich habe schon einige Karten gehabt, da gäbe es nur 10 Prozent, ist in Ordnung. Ich habe auch Karten gehabt, da konnte man 50 oder 75 Prozent drauf donnern. Aber das ist natürlich dann extrem ärgerlich, weil einfaches Übertakt von der Grafikkarte geht halt nicht. Einfach Power-Target hoch und du hast so 2, 3, 4, 5 Prozent mehr Leistung. Aber ist halt so, muss man durch. Der Typ Kunden wahrscheinlich okay ist, nehme ich mal an. Es fehlen ein bis zwei FPS, was man jetzt nicht wirklich merken würde. Aber es ist natürlich schade, dass es fehlt. Ach genau, bevor ich das vergesse, die 3090 habe ich ja im Gehäuse getestet, während ich alle anderen 3090 im offenen Aufbau getestet habe. Da kann es natürlich auch sein, dass wir die ein bis zwei FPS dementsprechend verlieren, weil es im Gehäuse ja ein bisschen wärmer ist als im offenen Aufbau. Das ist mir gerade noch eingefallen. Jo, also im Gaming-Betrieb ist der PC auf jeden Fall deutlich erhörbar. Da ist die Last auf die GPU natürlich deutlich höher als das mit dem... Hört sich zumindest im Video relativ angenehm an, der Ton, oder? Also ich finde es jetzt so, zumindest das, was rüberkommt, nicht wahnsinnig störend. GPU-Set-Rendertest der Fall war. Ansonsten sehen die Temperaturen okay aus. Also die CPU die ganze Zeit 75 Grad Celsius, auf jeden Fall unter 80. Unter 80 ist immer gut. Die GPU auch unter 80 Grad Celsius, da regelt das eben der Lüfter. Sieht man auch ganz klar. 2600 Umdrehungen sind es auch nicht gerade wenig, ist aber auch eher Richtung normal, würde ich sagen. Und die Spannungswandler vom Mainboard sind jetzt bei 68 Grad Celsius. Eigentlich hatte ich das Fazit schon gedreht. Jetzt war ich gerade, also einen Tag später, nochmal bei Geizhals unterwegs. Und jetzt wurde genau heute, genau an diesem Tag, wurde eine andere Konfiguration von diesem PC bei Geizhals bei anderen Shops gelistet. Und zwar also genauso wie er hier ist, allerdings mit einem 11.900 KF drin. Für 300 Euro weniger. Und das ändert tatsächlich einiges. Weil dann ist dieses Teil mit einer besseren CPU für 3.700 Euro gelistet. Und das ist sogar ein paar Euro unter... Moment mal. Bei Geizhals, ne? Aber hier nicht. Das ist jetzt der gleiche, würde ich jetzt sagen, ne? Obwohl mit 2 Terabyte... Hier ist er für 3.700 Euro mit den 11.700 KF wieder drin. Ich weiß jetzt nicht, aber der hatte, glaube ich, nur eine 1 Terabyte SSD, oder? Hatte der eine 2 Terabyte? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weil der hier hat eine 2 Terabyte. Ich kann es jetzt nicht sagen. Aber das ist ja eigentlich diese Konfiguration grob, ne? Weil ich weiß auch nicht, warum ist die eigentlich so perwest teuer? Achso, da ist nur eine 3080T drin. Und hier eine 3090. Also ab Werk sind die Dinger teurer. Aber wartet mal. Wir gucken jetzt auch mal bei Geizhals. Denn ich gehe mal davon aus, dass man die bei Geizhals dann eventuell auch ein bisschen günstiger erwerben könnte. So, da ist er nämlich. Das ist nämlich der, den Roman jetzt meinte. Das sind nämlich dann sofort ganz andere Preise. Lieferbar von Computer Universe. Das ist auf jeden Fall vollkommen okay. Auch vom Cyberport. Da waren 11.900 KF. 1 Terabyte. Genau, das war nämlich jetzt auch das Geheimnis. 1 Terabyte SSD. 3090. Sonst glaube ich so grob alles wie erwartet, ne? Ganz ehrlich, der Preis ist in Ordnung, ne? Wenn man bedenkt, der 11.900 KF, der kostet auch irgendwie 450, 500 Euro. Würde ich sagen, kann man machen. Gerade jetzt nach dem Test von Roman oder so. Warum nicht? 3.700 Euro? Ja. Der Geizhalskonfiguration. Das heißt, wenn wir die Konfiguration vom Anfang nochmal anschauen würden, tauschen da den 11.700 KF mit dem 11.900 KF, dann ist der Alienware-PC sogar günstiger als die Geizhalskonfigur. Und dann, muss man sagen, wird es tatsächlich interessant. Dann ist es tatsächlich nicht im Bereich, wo man sagen kann, wenn ihr einen fertigen PC sucht mit einer 3090, go. Weil dann ist es absolut preisleistungstechnisch okay. So konfiguriert bei Dell mit dem 11.700 KF für 4.000 Euro würde ich eher nicht machen, weil es lohnt sich eigentlich nicht. Also dann würde ich tatsächlich, ich meine, ihr wisst es, ich würde es sowieso immer selber bauen. Aber wenn man einen Fertig-PC sucht mit der 11.900 KF-Variante und der günstiger ist als die Geizhalspreise, dann kann man eigentlich nichts falsch machen, weil dann bekommt ihr einen fertig gebauten PC, wenn ihr das so wollt, mit Service und allem. Dann kann man nicht meckern. Letztendlich, die teurere Variante, selbst konfiguriert bei Dell, man bekommt ein spezielles Gehäuse dafür am Ende. Ein spezielles Gehäuse, das aber logischerweise keine 500 Euro wert ist. Es sieht auf der Kamera sehr schön aus, sieht auch in real sehr, sehr schön aus. Letztendlich ist es aber ein 40 Euro Stahlgehäuse mit einer Menge Plastik außenrum, was nicht unbedingt vorteilhaft ist. Klar, schöne Front und alles, will ich gar nicht bestreiten, aber zum Beispiel die Lüfter-Einlässe an der Seite, Lüfter-Auslass oben drauf, ist nicht unbedingt groß dimensioniert. Also da kann nicht viel Luft durch. Dementsprechend müssen die Lüfter auch hochdrehen, um eine gute Temperatur zu erreichen. Und das spiegelt sich dann auch in der Lautstärke wieder. Im Desktop-Betrieb, so wie jetzt hier steht, gar kein Thema, kann man absolut machen, schön leise. Im Gaming-Betrieb aber definitiv hörbar. Und wenn das Ganze ein bisschen anders gestaltet wäre, ein bisschen freier vom Airflow und sowas, dann könnte man da sicherlich was einsparen, was die Lautstärke betrifft. Temperaturtechnisch, muss man sagen, ist absolut im Rahmen. Wir haben ja für fast alle Tests das Powerlimit angehoben auf 155 Watt. Original ist ja 125 Watt. Hätten wir das bei 125 Watt gelassen, dann wären die Temperaturen noch mal ein paar Grad niedriger. Und so gesehen, was ich nicht ganz verstehe, vielleicht habe ich es auch überhört, warum hat er das Powerlimit denn jetzt dauerhaft bei 155 Watt gelassen? Natürlich um zu zeigen, hier den PC kann man ein bisschen übertakten. Alles gut, alles in Ordnung. Aber den PC hätte ich doch jetzt im Originalzustand auch jetzt durchgetestet. Mit allen drum und dran. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum er das gemacht hat. Sehe ich da gar kein Problem. Sowohl bei CPU-Temperatur, Spannungswandler, GPU-Temperatur, alles gar kein Thema. Also kühlungstechnisch absolut in Ordnung, weil es ist kein PC, den man richtig krass übertakten würde. Man kann ihn minimal übertakten. Finde ich schön, dass es die BIOS-Optionen gibt, dass man das bei einem Fertig-PC überhaupt anbietet, dass der User das machen kann. Andererseits, BIOS sollte auf jeden Fall nachgebessert werden. Also das Power-Ticket in Milli-Watt einzustellen, finde ich sehr strange. Schwachsinn. Sehr unüblich. Vor allem, es sind ja eigentlich nicht mal Milli-Watt. Da standen doch 15.550 oder so. Das sind ja nicht mal Milli-Watt. Also das wären doch eigentlich 155.000. Oder was tue ich mich da jetzt? Milli-Watt sind 1.000. Milli sind 1.000. Also von daher ist das doch eigentlich Blödsinn. 155 Watt mal, also durch Milli-Watt 1.000 sind 155.000 Milli-Watt. Oder nicht? Habe ich da jetzt, glaube ich, richtig gerechnet, denke ich mal. Also von daher ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Also ist doch eigentlich auch falsch, was sie da ins BIOS schreiben. Entsprechend könnte es schnell zur Verwirrung sorgen. Ne, Retro-Eumel, das Gehäuse hat was. Er schreibt gerade auch, oh, hübsches Gehäuse irgendwie. Hat ein bisschen was vom Klimagerät mit RGB, aber hat optisch was. Auf jeden Fall, finde ich nämlich auch. Tau sollte auch einstellbar sein, definitiv. Und es sollte auch standardmäßig gefixt werden. Diese 28 Sekunden statt 56 Sekunden führen eben dazu, dass man bei Cinebench 10% Leistung verliert. Im Gaming-Betrieb wird es keinen Einfluss haben. Aber wenn man dann sich so ein PC kauft und macht dann Cinebench und wundert sich, warum man 10% weniger Leistung hat als der Rest, ist vielleicht nicht ganz so cool. Und die Dachristie, ein Laie weiß das ja nicht. Ein Laie weiß ja nichts von Tau und P1, P2 und so weiter. Der denkt, ey, scheiße, der hat weniger Leistung. Und wundert sich dann halt. Das wissen ja nur eingefleischte Fans. Ich denke mal, von denen, die hier gerade zugucken, wissen es, wir haben jetzt gerade 204 Zuschauer. 50? Wenn überhaupt. Wissen es 50? Komm, Caro, du bist doch noch da. Mach doch mal bitte eine Umfrage. Und bitte seid doch ehrlich, die Umfrage ist anonym. Wenn ihr keine Ahnung habt, gibts doch einfach zu. Ist doch überhaupt kein Problem. Mach mal eine Umfrage. Wer oder weißt du, was P1, P2 Tau bedeutet? Kannst du so einfach in der Reihenfolge schreiben und einfach als Antwort Ja, Nein, Ja, Ja und Nein. Das reicht. Mehr musst du gar nicht reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich tippe so auf 50. Maximal. Ich tippe eher so auf vielleicht so 30 bis 40. Kann ich mir vorstellen. Mach mal bitte die Umfrage. Es ist sehr einfach für Dell das zu fixen. Einfach neues Bios und Go. Deswegen würde ich das jetzt nicht so krass bemängeln, weil die schauen sich das Video an und dann werden die das wissen und dann werden die das mit großer Sicherheit auch machen. Deswegen werde ich das jetzt mal nicht so krass bemängeln. Ansonsten vom Aufbau her, ich finde es absolut okay. Gerade wenn ich jetzt den Preis bedenke von 11.000 mit dem 11.900 K. Oder ich sehe gerade, Joe ist ja auch da. Habe ich gar nicht gesehen. Willkommen erst mal. Also einer von euch bitte die Umfrage einmal machen. Ah ne, ist schon drin. Ist schon drin. So, die Umfrage läuft. Weißt du was P1, zum P2 sind und bitte einmal abstimmen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall klar, die Minderheit, obwohl im Moment ist es noch relativ ausgeglichen. HF, dann ist es ein PC, den man kaufen kann. Muss man natürlich sich immer überlegen, will ich so einen PC haben, wie er da so steht. Will ich einen Fertig-PC haben oder baue ich lieber selber, weil Bauen eben auch geil ist und selbst wenn man es nie gemacht hat, ist es einfach so. Es ist einfach, man lernt dadurch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das macht euch das Leben in Zukunft auf jeden Fall einfacher, wenn man es mal gemacht hat und sich da so ein bisschen rantastet. Deswegen, ja. Wenn er aber einen PC sucht für jemanden, der den niemals selber anfassen möchte, keine Ahnung von PCs hat, wie gesagt, 11900 KF-Variante, günstiger als Geizheitspreis, da kann man dann eigentlich nichts mehr gegen sagen. Jo, alles klar. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Wieder mal. Ich kann es nicht anders sagen. Ich will mich bei Roman nicht einschleimen, aber er macht einfach aktuell die interessantesten Videos in Deutschland in Sachen PC-Hardware. Ich kann mich da ja selber nicht zuzählen, weil ich ja hauptsächlich News mache. Er gibt natürlich, kriege ich natürlich auch wieder ein Like von mir. Leute, abonniert den guten Roman auf jeden Fall. Er hat es einfach nur mehr als verdient. Sehr, 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 sehr cool. Jetzt für die DasMontiAnker-Zuschauer werden wir natürlich die Umfrage eben noch abwarten, weil die das sicherlich auch interessiert. Die läuft im Moment. Bitte noch teilnehmen. Wir haben jetzt knapp 207 Zuschauer und ich sage, ich habe ja gesagt, 50 Zuschauer davon wissen es, das wäre jetzt ein Viertel. Also gehe ich davon aus, dass es 25 Prozent sind. Die Umfrage sieht im Moment aber ein bisschen anders aus. Denn ja, sagen aktuell noch 44 Prozent und nein 56. Also haben da doch deutlich mehr Leute Ahnung, bei mir im Chat oder so, nicht oder so, sondern bei mir im Chat, als ich dachte. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch alle nicht gelogen habt. Caro und Monty macht die besten News-Videos. Danke. Ich hoffe, das Schnitzel war lecker. Ah ne, da hat es sogar geschrieben. Das war lecker. Der Gesoldi Almonty, Diablo 2 war mein erstes so richtiges Online-Game, was ich gesuchtet habe mit Kumpel. Würdest du den Neukauf von Resurrected empfehlen oder wird das alte Spiel nicht mehr fesseln? Also Gesoldi, du bist neu hier, ne? Da bin ich ganz fest von überzeugt, dass du noch nicht oft meine Streams beguckt hast, weil ich ein riesengroßer Diablo 2 Fan bin. Ich bin ein riesengroßer Diablo 2 Fan und ich freue mich so wahnsinnig auf Donnerstag. Denn Donnerstag kommt endlich Diablo 2 Resurrected raus und ich werde es suchten, soweit meine bessere Hälfte das zulässt zumindest. Und natürlich zocken, kaufen, auf jeden Fall. Gib die 40, 50, 60 Euro dafür aus. Wenn du auf solche Spiele stehst oder so, werde ich das Spiel auf jeden Fall mitnehmen. Also, einfach kaufen, fertig, gut ist. So, die Umfrage hat sich nicht groß geändert. So, jetzt ist es auf jeden Fall durch. Weißt du, was P1 und P2 sind? Monty hat sich mal wieder geirrt. Also, nein, 60 Prozent. Wir folgern einfach mal daraus. Ja, 40 Prozent, ne? Mitgemacht haben insgesamt 60, 73 Leute. Was durchaus in Ordnung ist, so knapp ein Drittel halt, ne? Also, von daher haben die Leute in meinem Stream auf jeden Fall doch ein bisschen mehr Ahnung, als ich gedacht habe. Und das heißt jetzt für mich, das Monty Anker Zuschauer, danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Tschüss.